Für Ibrosia produzieren die Brüder Lergenmüller aus der Pfalz exklusiv die Kristallweine des Weinguts. Ihr Rosé-Kristall ist aus 100% Portugieser und ein überaus charmanter und feinfruchtiger Kristall-Rosé-Wein. Beschwingt erobert er mit erquickender Erdbeernote und duftenden Kräutern den Gaumen. Herrlich erfrischend, mit ganz wenig Säure, ist er der ideale Terrassenwein und ein Begleiter zu allen leichten Speisen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017